Test, 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 funktioniert, ich höre alles, so muss es sein. Machen auch Sie von jeder Videokonferenz, von jedem Webinar einen Test, dass die Technik auch richtig läuft. Und der Test alleine reicht nicht, sondern die entsprechenden Einstellungen muss man natürlich machen. Bei mir sind es das gleiche Verhältnis. Wenn Sie jetzt gerade auf mich schauen, auf mein Gesicht, ist eine Gesichtshälfte, meine eine Gesichtshälfte ist einfach heller als die andere. Und das darf ich natürlich nicht ziehen. Das heisst, die Hälfte ist ein bisschen dunkler, die Hälfte ist ein bisschen heller und das Gesicht muss schön ausgeleuchtet sein. Darum das Rundlicht. Und ich habe da hinten oben auch noch ein Licht. Jetzt ist es einfach so, dass das konkurrierende Licht der Scheibe, wegen der Frühlingssonne, so derart stark ist. Ich muss da schnell den Laden runterlassen. Das Licht ist immer viel stärker als künstliches Licht. Ah, jetzt klemmt es. Jetzt ist es gut. Und es darf wirklich kein konkurrierendes Licht geben. Jetzt habe ich da mal den Laden runterlassen. So ein bisschen. Mal schauen, wie das aussieht. Mit dem Grundlicht. Jetzt ist es viel besser. Dank dem. Jetzt bin ich sehr schön gleichmässig überall ausgeleuchtet. Es gibt keine Schattenpartei mit einem zusätzlichen Licht von dieser Seite. Es ist so minim, das ist völlig okay. Achtet Sie auch auf das, dass Ihr Gesicht immer schön ausgeleuchtet ist. Und dann ist das für die Halbmiete. Viel Erfolg! Zuckerberg. 2012 rock Untertitelung des ZDF, 2020